Wie die Geschichte manipuliert wurde? Die Menschen in die Irre zu führen, als jede andere der Menschheit bekannte Sache. Voltaire sagte, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich allgemein einigt. Unsere staatlich kontrollierten Lehrbücher erzählen uns, dass Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte. Das Wörterbuch beschreibt Entdecken mit etwas Unbekanntes Kennenlernen. Die dutzenden Millionen dort wohnhaften sogenannten Indianer hätten sicherlich Kolumbus' Entdeckung von irgendetwas bestritten. Vielleicht stimmt die okulte Bedeutung von Entdeckung mit dem okulten Wissen von Kolumbus überein, dass er genau wusste, wohin er in See stach. Vielleicht bedeutet das Wort Entdecken genau dies, von etwas die Hülle nehmen, was bisher zugedeckt war. David Icke schrieb in das größte Geheimnis. Die Phönizier waren nicht auf das Mittelmeer und Vorderasien beschränkt. Sie landeten in Britannien um 3000 vor der Zeitenwende und eindeutige phönizische Artefakte wurden im heutigen Brasilien gefunden, sowie mögliche ägyptische Überbleibsel im nordamerikanischen Grand Canyon. Die Phönizier landeten tausende Jahre vor der Überfahrt von Christoph Kolumbus in Nord- und Südamerika. Der Grund, warum die Sagen der Eingeborenen von beiden Amerikas von großen weißen Göttern erzählen, welche vom Meer her kamen und fortschrittliches Wissen mit sich brachten, ist der, dass dies genau das war, was passiert ist, wenn man das mit den Göttern weglässt. Wenn Kritiker die Bedenken äußerten, dass Kolumbus Überfahrt unmöglich sei, entgegnete er oft auf diese Einwände, dass er, Zitat, einige sehr lohnende Inseln oder einen Kontinent 750 Wegstunden, gleich 3623 Kilometer, im Westen entdecken könnte, Zitat Ende. An diesem Punkt wären die Schiffe in der Lage, wieder Proviant zu laden und nach Asien weiter zu segeln. Dann erblickte und entdeckte Kolumbus einen sehr lohnenden Kontinent, genau 750 Wegstunden im Westen. Alex Christopher schrieb in »Die Kiste der Pandora, die höchst verborgene Hand hinter der Neuen Weltordnung«, bei denen am 17.04.1492 das Capitulo und am 30.04.1492 das Titulo unterzeichneten Vereinbarungen ist eine merkwürdige Begebenheit, dass der Herrschaft und der Rechtsprechung für die möglicherweise bei der Überfahrt zu entdeckenden Ländereien mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde als einer Regelung der Aufteilung der Kriegsbeute des wohlhabenden Asiens, Zitat Ende. In der Rosslyn-Kapelle des Templerordens in Schottland gibt es deutliche Abbildungen von Mais und dem Aloe-Kaktus, die auf den Torbögen und der Decke angebracht wurden. Diese Gewächse wurden offiziell erst im 16. Jahrhundert in Amerika entdeckt und nach Europa gebracht. Wie haben denn dann die Freimaurer, welche die Rosslyn-Kapelle im Jahre 1486 fertiggestellt haben, von diesen Pflanzen gewusst, sechs Jahre bevor Kolumbus in See stach? Nochmal David Icke. Die offizielle Version, das Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, ist grotesk. Einige Meilen von Edinburgh in Schottland entfernt steht heute noch die Rosslyn-Kapelle, dieser heilige Gral der Geheimgesellschaften. Sie wurde von der St. Clair- oder Sinclair-Familie in der Gestalt eines Templerkreuzes errichtet und strotzt vor esoterischer Symbolik. Der Grundstein wurde 1446 gelegt und sie wurde in den 1480er Jahren vollendet. Wie bemerkenswert dann, dass die Steinarbeiten in Rosslyn Abbildungen von Zuckermais und Kakteen zeigen, welche man nur in Amerika vorfand und Christoph Kolumbus diesen Kontinent nicht vor 1492 entdeckte. Wie konnte das sein? Es gibt tatsächlich kein Rätsel diesbezüglich. Christoph Kolumbus war nicht einmal annähernd der erste weiße Mensch, welcher in Amerika landete. Die Phönizier, Nordmänner, Iren, Waliser, Bretonen, Basken und Portugiesen segelten alle vor ihm hin. Und ebenso tat Prinz Henry Sinclair von Rosslyn dies, wie dies in einem seltenen Buch von Frederick I. Pol namens Prinz Henry Sinclairs Überfahrt zur Neuen Welt 1398 aufgezeichnet wurde. Sinclair machte die Schiffsreise mit einer anderen Familie der Blutlinien, die Cenos, eine der bekanntesten okkulten Adelsfamilien in Venedig. Sinclair und Antonio Zeno landeten im heutigen kanadischen Neufundland und gingen im heutigen Nova Scotia 1398 an Land. Den Geheimgesellschaften sind die Amerikas seit tausenden Jahren bekannt und Christoph Kolumbus wurde benutzt, um die offizielle Entdeckung zu machen, damit die Besetzung Amerikas beginnen konnte. Zitat Ende. Kolumbus wurde von den europäischen Königshäusern und den Templern unterstützt. Sein Schwiegervater war ein früherer Ritter des Templerordens und Caterina de' Medici von der Illuminati-Blutlinie mit einigen anderen finanzierte seine Reise. Seine drei Schiffe segelten unter der Flagge mit dem Roten Kreuz der Templer. Die Königsfamilie von Spanien sendete ebenfalls Flotten von Eroberern und verwegenen Piraten unter der Totenkopf-Flagge aus. Sie hatten Befehl, so viel von der neuen Welt zu vergewaltigen, morden und blündern, wie sie konnten. Michael Tessarion sagte auf einer Lesung auf der Conspiracy Convention 2003 mit dem Titel »Die zersetzende Verwendung von heiliger Symbolik in den Medien«, »Die von der Geheimgesellschaft Skull & Bones, eine geheime Studentenverbindung an der Yale-Universität, Mitglieder unter anderem Ronald Reagan, George Bush, John Kerry, verwendete Symbolik kommt von der Totenkopf-Flagge der Piraten. Sie waren kein Haufen von Haudegen, wie dies in den Piratenfilmen gezeigt wird, nein, sie waren vom britischen Königshaus Gesandte auf hoher See, um Amerika zu kolonisieren.« Das Wappen der Kolumbusritter ist das Faskis, das faschistische Symbol. Es ist eine durch Ruten gebündelte Axt, die Macht der vielen, wenn durch ein gemeinsames Ideal verpflichtet, darstellend. Erstaunlicherweise findet man dieses Rutenbündel beim US-Senat, dem Siegel des US-Bundesstaates Colorado, dem Lincoln-Monument in Washington, dem 10-Cent-Stück der USA und vielen weiteren Plätzen. Die Kolumbusritter schienen eine philanthropische Bruderschaft zu sein, also warum diese Symbolik? Vielleicht wird die verborgene Geschichte ihres Namensgebers, Christoph Kolumbus, Licht darauf werfen. David Icke nochmal. Das offensichtlichste Symbol der Absicht der Geheimgesellschaften ist das Faskis, von dem man das Wort Faschismus ableitet. Man kann es auf vielen Symbolen der USA sehen und im Kongressgebäude. Es war ein vom Römischen Reich verwendetes Symbol und es besteht aus gebündelten Ruten um eine Axt. Die Symbolik bedeutet, ein Volk oder ein Land vereinigt unter einer gemeinsamen, zentralen Diktatur der Axt. Als Kolumbus das erste Mal an Land ging, wurde er von den Arawak-Indianern mit Freundlichkeit, Geschenken und Essen begrüßt. Er schrieb in seinem Tagebuch, sie brachten uns Papageien und Ballen von Baumwolle und Speere und viele weitere Dinge. Sie gaben bereitwillig alles, was sie hatten. Sie tragen keine Waffen und sie kennen sie nicht. Denn ich zeigte ihnen ein Schwert und sie fassten es an der Scheide an und schnitten sich dabei aus Unwissenheit. Sie haben kein Essen. Ihre Speere sind aus Schilf gemacht. Sie würden hervorragende Untertanen abgeben. Mit 50 Mann könnten wir sie alle unterwerfen und sie dazu zwingen, alles zu tun, was wir wollen. Das war aus Howard Zinn, die Geschichte der Menschen der Vereinigten Staaten. Von Anfang an schrieb Kolumbus über die Niederwerfung und Versklavung der Eingeborenen. Währenddessen brachten die Arawaks Geschenke, bereiteten Essen und handelten mit allem, was sie besaßen. Kolumbus schrieb, dass die Eingeborenen so kindisch und freigiebig mit ihren Besitztümern sind, dass es niemand glauben würde, der es nicht selbst erlebt hat. Wenn man sie nach etwas fragt, was sie haben, sagen sie nie Nein. Im Gegenteil, sie bieten alles, was sie haben, jedem an. Er schrieb auch, Ich bin der Überzeugung, dass sie leicht zu Christen gemacht werden können, weil es mir so scheint, dass sie keine Religion haben. Die europäischen Siedler nahmen eine freie Gesellschaft ohne Besitz, Eigentum, Währung, Hierarchie oder festgelegter Religion und ersetzten sie durch das heutige Amerika, der weltstrahlendes Leuchtfeuer-eigennützigem Materialismus, in dem jeder Quadratzentimeter Land-, Wasser-, Luftraum, staatlicher oder privater Besitz ist, durch ein korruptes hierarchisches System und Bestimmungen besteuert und beherrscht wird, wo die Gaben von Mutter Natur als käufliche, verkäufliche, zu besitzende und zu verteidigende Sache behandelt wird. Howard Zinn schrieb in die Geschichte der Menschen der Vereinigten Staaten weiter, Kolumbus notierte, Sobald ich in der Karibik ankam, nahm ich auf der ersten Insel, die ich fand, einige der Eingeborenen gefangen, damit sie Bescheid wissen und mir Informationen darüber geben, was es alles auf der Insel gibt. Die Informationen, die Kolumbus am meisten wollte, war, wo ist das Gold? Seiner zweiten Expedition wurden 17 Schiffe mitgegeben und mehr als 1200 Mann. Das Ziel war klar. Sklaven und Gold. Sie segelten in der Karibik von Insel zu Insel, nahmen Indianer als Gefangene, durchstriffen die Inseln, schauten nach Gold und nahmen Frauen und Kinder als Sklaven für Sex und Arbeit. Helen L. Erbe schrieb in Die dunkle Seite der christlichen Geschichte, Es war Kolumbus' geschworenes Ziel, die Indianer zum heiligen Glauben zu bekehren, was zur Versklavung und Verschleppung von tausenden Eingeborenen berechtigte. Dass solch eine Verfahrensweise den vollständigen Genozid zur Folge hatte, spielt insofern keine Rolle, da den Eingeborenen durch ihre Übernahme des Christentums die Möglichkeit des ewigen Lebens gegeben wurde. Dieselbe Art des Denkens gab den Europäern ebenso die Lizenz zur Vergewaltigung der Frauen. In seinen eigenen Worten beschreibt Kolumbus, wie er seinen Spaß mit einer Eingeborenen hatte, nachdem er sie ordentlich mit einem Seil auspeitschte. Bis 1508 waren die Siedler für drei bis vier Millionen tote Indianer verantwortlich. Wir reden hier nicht von jemandem, der auf der Suche nach einer besseren Route für den Handel mit Gewürzen aus Indien versehentlich auf Amerika stieß. Dies ist jedoch, was unsere Lehrbücher den Kindern in der Schule erzählen. Kolumbus, die Konquistadoren, die Piraten und viele Auswanderer waren feindselige und gnadenlose Gruppen von Siedlern, welche gemeinsam für den Tod von dutzenden Millionen Eingeborener verantwortlich waren. Howard Zinn schreibt, die Spanier dachten sich nichts dabei, die Indianer zu dutzenden niederzustechen und Stücke aus ihnen zu schneiden, um die Schärfe ihrer Klingen zu prüfen. Las Casas sagt, von 1494 bis 1508 kamen über drei Millionen Menschen durch Krieg, Sklaverei und in den Bergwerken um. Wer wird dies von den künftigen Generationen glauben? Ich als sachkundige Augenzeuge kann es selbst kaum glauben. Bartholome de Las Casas war ein katholischer Priester, welcher die im Namen Gottes verübten Gräueltaten beobachtete, viel darüber schrieb und seine spanischen Landsleute bezichtigte. Er segelte an auf 1502 in die neue Welt und zeichnete viele Dinge, die er dort sah in seinem Buch »Die Verwüstung der Karibik« auf. Zitat »Mit meinen eigenen Augen sah ich Spanier, welche die Nasen, Hände und Ohren von männlichen und weiblichen Indianern abschnitten, ohne vorherige Provokation, bloß weil sie Lust dazu hatten, es zu tun. Gleichfalls sah ich, wie sie die Katziken und die Häuptlinge sich versammeln ließen, ihnen vorher Sicherheit versprachen, und als jene friedfertig kamen, nahmen die Spanier sie gefangen und verbrannten sie. Sie nahmen Säuglinge von der mütterlichen Brust, hielten sie an den Füßen und schlugen ihre Köpfe gegen Steine. Sie bauten einen langen Galgen, hoch genug, dass die Zehen gerade so den Boden berührten und ein Hängen verhinderten, und hingen zur Ehre von Christus unseres Erlösers und seinen zwölf Aposteln 13 Indianer gleichzeitig auf. Dann wurde Stroh um ihre gestreckten Körper gebunden und sie wurden lebendig verbrannt. Als die Spanier eine große Menge an Gold von den Indianern gesammelt hatten, schlossen sie die Eingeborenen in drei große Häuser, packten so viele es geht dort hinein, setzten dann die Häuser in Flammen und verbrannten alle, die darin waren, obwohl die Indianer keinen Anlass dafür gaben und keinerlei Widerstand leisteten. Sie schnitten den Indianern die Hände ab und ließen sie an den Hautfetzeln baumeln. Sie prüften ihre Schwerter und ihre Körperkraft an gefangen genommenen Indianern, und schlossen Wetten ab, ob sie es schaffen, den Kopf oder den Körper mit einem Hieb abzuschlagen bzw. durchzutrennen. Auf jeder Insel, die Kolumbus entdeckte, pflanzte er ein Kreuz, den Besitz seiner spanischen katholischen Auftraggeber beanspruchend. Er verlas Erklärungen von gottgebendem Recht auf das Land in einer Sprache, welche die Indianer nicht verstehen konnten. Ich erkläre euch hiermit, dass wir mit der Hilfe Gottes machtvoll in euer Land eindringen und Krieg gegen euch führen werden und euch unter das Joch und den Gehorsam der Kirche bringen werden und über euch alles Verderben bringen werden, solltet ihr den Herrn nicht als euren Gott anerkennen und widersprechen und Widerstand leisten. Das war aus D. Stannards amerikanischer Genozid. Vielleicht kannst du nachvollziehen, warum das Wort Kretin von Christ abgeleitet wird. Der Häuptling Ha-Toué wurde gefangen genommen und bei lebendigem Leib verbrannt. Als man ihn festband, drängte ein Franziskanermönch, Ha-Toué, er möge Jesus in sein Herz lassen, damit er in den Himmel komme und nicht in die Hölle. Der Häuptling antwortete ihm, wenn der Himmel der Ort wäre, in den die Christen kämen, so ziehe er die Hölle vor. John Mohawk schrieb, Christoph Kolumbus ist ein Symbol, nicht von einem Menschen, sondern vom Imperialismus. Imperialismus und Kolonialismus sind nicht etwas, was Jahrzehnte oder Generationen her geschah, sondern mit der Ausbeutung von Menschen immer noch geschieht, von ihrem Land enteignet und aus einem Wirtschaftssystem des reinen Lebensunterhalts in Marktwirtschaften gezwungen. Diese Vorgänge finden noch heutzutage statt.